Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier bei PizmiTV. Heute mit dem Christian, dem Jonathan, dem Sebastian und mir, dem Peter. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir schauen uns an, hatten wir letztens in einem Video, das angeblich unser erster Twitch-Live-Show am 9.9.2013 gewesen ist. Und daraus habe ich eine Best-of-Compilation gemacht, damals noch auf PizmiTV. Da habe ich die geschnitten. Und die schauen wir uns jetzt mal an. PizmiTV hat auch einen Werdegang gehabt, ey, vom Best-of-Kanal zu nur alles, was nicht mit Gaming ist, zu irgendwie, was weiß ich nicht, was wieder anders. Man hat schon alles gehabt. Und es war noch nie so erfolgreich wie jetzt mit Reacts. Ich bin schnell, Kay. Oh, die Fresse. Okay, Leute. Hallöchen. Peter, komm, wir werden uns an. Dann mach doch ein paar Faxen vor der Facecam, Junge. Peter, komm, wir werden uns an. Erwähnt mal bitte meinen Namen. Wie soll man den denn aussprechen, damit? Peter, Peter, aber ich weiß nicht. Oh mein Gott. Ich dachte gerade, Sepp wollte tatsächlich was von mir. Peter, Peter. Nein. Das Bild, was du gerade da hast, habe ich immer noch als Gleich geht's los für den Stream. Das ist auch cool. So unverändert? Nee, die Püppchen sind oben rechts. Ach so, Leute, vor allem auch ein paar. Einst weniger. Ja. Ja, aber wie soll das denn dann generell funktionieren? Wir nutzen diese Verzögerung und checken den Luftdruck des Beins. Sepp hat mir das, der weiß wieder. LOL. Ich bin gekickt worden. Ich auch. Jawohl, Peter. Jetzt bin ich auch gekickt. Ich kriege keine Server. Kriegt ihr Server? Ist mir jetzt ernsthaft? Spielmodus alle. Nee, ich auch nicht. Jetzt sind alle Server abgeschmiert. LOL, die anderen bekommen aber auch keine Server. Das ist dann wahrscheinlich frisch rausgekommen, oder? Nee, das ist Call of Duty Modern Warfare. Das kann nicht frisch rausgekommen sein, weil das kam irgendwie 2009 oder so. Ach, echt? Okay, alles klar. Ich glaube, wir wollten dann einfach so gegeneinander zocken, aber haben es nicht hinbekommen, da einen vernünftigen Server aufzusetzen. Und jetzt fällt uns auf, dass auch die ganzen anderen Zuschauer, die das dann gestartet haben, jetzt auch alle keine Server mehr kriegen. Also wir haben irgendwie die Server von Call of Duty zerstört. Letzten Master Server weggeschossen. Hat zumindest einer geschrieben. Ja, finde ich gut. Wie geil ist das denn? Wir könnten auch einen Server starten. Das könntest du eigentlich auch machen, Peter. Ich, der streamt, das ist voll die gute Idee, Hadi. Komm, wir kommen nicht noch rein. Oh, jetzt geht es wieder los. Mal gucken, wer bei wem nicht connecten kann. Ich starte den Server. Wie kommen wir denn an deine IP? Der muss eben nachgucken. Ja, der muss dir dein IP sagen, selbst schade, schade. Das schlimm? Nee. Du weißt, wie es auf jeden Fall privat funktioniert. Das schlimm? Nee. Nee. Alles easy. Videos. Ich versuch's mal über Connect, aber das scheint schon... Doch, ich hab ihn. Bei mir im Netzwerk hab ich ihn. Peter, das sagst du bei dir. Sehr gut, ich kann nicht drauf joinen. Geh mal bitte in ein Mitspielen und dann auf Lokal und dann such und zerstören. Ich sehe überhaupt nichts. Nee, ich auch nicht. Ich weiß auf jeden Fall, wie du bist du dabei. Peter, bist du noch wieder perfekt? Da war doch gerade was. Ja, Santa.exe, das war aber nicht Sebastian. Vielleicht hab ich ihn so genannt. Ja. ... vorbereitet für den Stream. Was soll... Also, wer hätte wissen, dass wir den Master-Turber waren? Ja, ohne Schein. Ja, das dauert jetzt natürlich ein bisschen, weil Origin und auf Battlefield 3 war ich nicht vorbereitet. Ja, ist auch voll schwer, Origin zu starten und auf Battlefield 3 zu starten. Ich sag dir, das dauert jetzt ein bisschen. Ist ja mein Post-Fort-Wort-Nummer gewesen. Ich weiß nicht, was hat gar nicht mehr. Am besten gehst du kurz laut in deinem Kopf durch und gehst alle Kopf-Passwörter durch, die du so hast. Ja, ich weiß es. Man ist geil. Weil der Hadi einfach geil ist. Das ist immer mein Standard-Passwort. Ich bin toll. Ja, übrigens auch für Minecraft. Ging das nicht bei Hadi letztes Mal nicht, dass wir den da nicht in so eine Gruppe hinweiten können? Ja, doch. Das geht auf jeden Fall. Beatsmeet Kesselmark seh ich online. Ich bin online. Nee, du bist online. Oh, Hadi, dat war halt das. Nee, ich bin online. Ja, komm, dann kann ich nicht irgendeinem nachjournalen. Boah, ich will die Friend-Requests jetzt nicht sehen. Verfickte Scheiße. Ja, die ploppen mir die ganze Zeit auf. Doch, da, pass auf. Ich hol jetzt Sepp da rein, dann hol ich Peter da rein. Wir sind doch schon alle drin. Stimmt. Ja, aber ich seh die... Battlefield 3 hat ja noch über die Browser-Nummer. Über die Browser, ja. Ja, boah, das war ganz gruselig damals. Weißt du, in jedem Spiel Modern Warfare geht das nicht, weil du wegen irgendeinem Scheiß nicht nur joinen kannst. Die machen irgendeinen Browser-Kram. Du willst doch nur zusammen spielen. Gruppe, fertig, los. Das war manchmal nicht so einfach. Kann ja nicht so schwer sein. Die Gruppe nicht, du Affenkur. Du bist dann ein Affe. Ah! Oh, das ist ein Affe. Wieso? What the fuck? Du bist dann ein Affe. Äh! Wie krieg ich denn hier Nachrichten? Wieso kann man mir Nachrichten schreiben? Oh mein Gott, nein. Das wird gleich schief gehen. What the fuck? Wieso werd ich angeschrieben? Ja, ich werd auch angeschrieben. Wieso kann ich denn angeschrieben werden? Man hat mir geschrieben. Alter, du Mongo. Wieso bin ich denn jetzt ein Mongo-Junge? Alter, wie viele Nachrichten ich kriege? Alter, das ist gerade gar nicht gut. Wieso geht das bei mir? Hilfe! Hilfe! Wo steht das denn? Wo steht denn Gott? Ein Privacy-Setting. Ich hab die nicht. Ich auch nicht. Ich hab die nicht. Mega, mega, mega. Ja, die Appiert. Der Zuschauer hat mir damals eigentlich. Das würde mich interessieren. Keine Ahnung, wie viele dazu geschaut haben beim Stream. Aber das hat gereicht. Ja. Ich weiß nicht, ich verstehe euch schon gar nicht mehr. Ich hab das ganze Problem vor den Nachrichten. Soll man einen leeren Server nehmen? Mach doch das doch aus, Alter. Wie denn, Junge? Ich bin drin. Jetzt bin ich drin. Sag ich doch. Ah, nee. Erlebt. Jetzt bin ich drin. What the fuck? Ich hatte genau das gleiche. Alter, es ist laut. Uff. Cs ist laut. Connection. Ich glaube, Battlefield 3 hat nicht funktioniert, also haben wir uns für Counter-Strike entschieden. Getrennt, Connection failed. Failed after 10 retries. What? Ich komm da nicht raus, das ist doch scheiße. Ja, warte, ich bin noch nicht gejoint, ihr Mongos. Ja, gerade Italy. Oh, CSGO funktioniert nicht mehr. Auch gut. Ich bin bei Steam nicht online. Nein. Boah, da ging ja gar nichts. Wahnsinn. Ich konnte das nicht beurteilen, weil das voll ist. Oh, nö. Kann man nicht vorher in eine Gruppe gehen und dann gemeinsam einen joinen? Ja, das geht. Dann muss Hadi eine Gruppe sein. Wieso machen wir das nicht? So. Und jetzt, was wolltest du schon? Ja, mach Office oder Italy oder sowas. Welchen Modus? Geiselbefreiung. 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 Bomm belegen. Mach Bomm belegen. Bomm entschärfen. Bomm entschärfen ist wichtig. Bomm belegen. Bomm belegen. Leute, Domi ist das nicht? Ja, du gehst dumm, ey. Go. Go, wir haben es geschafft. Komm, bei euch, Leder. Noch haben wir gar nichts geschafft, ja? Wenn wir Peter das Spiel gleich wieder abrauscht haben, wir eh noch nichts geschafft haben. Bei mir passiert auch noch nichts. Bei mir steht unten nichts. Bitte warten. Ja, ich auch. Da, Moment, Moment, Moment. Jetzt, Leder. Mein Spiel ist abgestürzt. Nein, Inferno. Peter spielt es? Nein, Peter. Ich bin drin. Ich bin auch Inferno. Ich auch. Ich leute Inferno. Oh mein Gott. Wieso stößt mein Spiel ab? Von der OP da nicht. Dies ist ein Wettkampfspiel von bis zu 90 Minuten. Ja eben, was suchst du denn jetzt auch für eine Scheiße aus? Ja, Ranked. Klasse Scheiße. Ja, hä? Da wussten wir nicht, was das bedeutet, glaub ich. Alter, what? Mein Gott, ey. Wenn wir das abbrechen, kriegen wir eine Strafe. Wahrscheinlich könnt ihr letztendlich fünf Tage nicht mehr spielen. Du hast jetzt ein Ranked Spiel gestartet. Ist das schlecht, wenn wir ein Ranked Spiel gestartet? Wenn du abbrichst, kannst du das Spiel eine Zeit lang nicht mehr spielen. Ist mir egal, ich spiel das eh nicht mehr, die Woche. Toll, aber ich spiel das eh nicht mehr. Weißt du doch, am Snacken währenddessen isst mir gar so einen Arm lang. Essen, Sepp. So gut. Welche Map spielen wir denn hier gerade? Was ist das für eine Grafik? Ich hab keine Ahnung, was Seppi für eine Scheiße ausgesucht hat. Keine Ahnung, was das für eine Map ist. Ich hab das ausgesucht, was ihr wolltet, ihr Bomben springt. Wie, was ihr wolltet, ich hab gesagt Geiselbefreiung. Ne, du bist ja sowieso nicht. Weißt du? Wir kennen die Map da nicht? Ich glaube nicht. Scheinbar. Keine Ahnung. Ich glaub nicht, dass wir die kennen zu dem Zeitpunkt. Wie kann man denn in Inferno... What? Ne, die gab's doch in Counter-Strike hier in... damals in 1.6 und so gab's die doch auch, da gab's doch Inferno. Ihr seid ja echt lost. Ihr seid ja echt lost. Ja. Da hatten wir noch den Warcraft Mod schon drauf gespielt. Ja. Du vielleicht. Okay. Der eine. Ich spiele jetzt gegen Bots. Hammer geil. Ja, die Leute joinen. Wahrscheinlich können die Leute jetzt gar nicht nachjoinen. Ja, Hammer, jetzt spielen wir gegen drei Bots. Das ist ja super. Ja, und zwei Lappen. Ja, können wir die wenigstens abziehen? Yeah. Irgendwie sind Schilder hat der Fass. Die Leute schreiben an, das Server ist nicht erreichbar. Ja, das sagen ja auch alle Leute, die ich eingeladen hab. Ja, toll. Sepp, was hast du denn da für eine Scheiße rausgesucht? Boah, ihr Mungen, sollen wir jetzt ja allen Ernst auf gegen drei Botzen gehen? Ja, was willst du denn machen, Arli? Ja. Die du auch weckerst die ganze Zeit. Heutzutage freust du dich, wenn du gegen drei Botzen rankriffst? Ja, stimmt. Ist das schlimm. Mach dich gut aus, Junge. Ja, das funktioniert so gut auch. Ohne Spaß, das ist doch behindert mit Bots, Junge. Ich werd jetzt rausgedrückt. Fucking Server so wie geil. Jetzt auch kein Bot, der dich getötet hat, du Affe. Jetzt hab ich das Spiel abgebrochen. Jetzt krieg ich erstmal eine Strafe. Also fuck you, Junge. Ich find das, ich find das gut. Ich stell mir noch einen. Jetzt kommt gefälligst raus, damit ihr mit nachschauen. Nein, nein. Wir haben eine Wunde verloren. Jetzt bin ich nämlich wieder im verkackten Hauptmenü, was die Leute jetzt schon 32 Minuten geguckt haben. Ja, weil nur 32? Alter. Ja gut, davor halt COD und Battlefield, ne? Also... Alter, ich komm gleich durch die Webcam, Alter. Peter, klopp da mal voll in die Webcam in der Stücke. Ohne Scheiß. Jetzt such ich deinen Server. Ich bin noch nicht... Ja, warte. Ich bin noch nicht dabei. Ich bin noch nicht dabei. Ich bin noch nicht dabei. Der Sinne hängt schon schieb. Oh, da. Guck mal. Jetzt seid ihr weg. 7150 Viewer on Peat Speed. Steht rechts unten in den Livestreams. Wenn du einmal kurz ein bisschen Play machst oder zurück gehst, steht das da. Da. 9150. Äh, 7150 Viewers. 7150, yo. Stimmt. Wo steht das? Krass. Bei Livestreams im Hauptmenü steht rechts Livestreams. Da hast du Faceit TV mit 9700 Viewers. Und dann hast du CSGO mit Pete. Also da. Stimmt. Siehst du's, Christian? Weil 2013 so viele Viewer hatten. Holy Shit. Hat keiner auf Twitch gestreamt außer wir? Ja eben. Da waren wir der größte Stream ever bis dahin auf Twitch. Kann ja nicht denn. Faceit ist ja schon größer. Ja. Das hätten wir mal ausbauen sollen. Wir haben auf Mixer gemacht. Ja. Ich bin noch nicht dabei. Jetzt schallt ihr Wichser. Ja, aber ich kann hier nicht joinen. Ja, warte. Ich bin jetzt sofort drauf. Oh, ich bin hier beitreten. Ich join. Ja, also. Dann join jetzt endlich, du verfickster Mongo. Weißt du, Hushit. Jetzt schaltet doch. Jetzt schaltet doch. Ich bin aber noch nicht drauf. What the fuck? Ich schwör euch, wenn... Ich schwör euch, wenn... Wenn Christian und Sepp gleich drauf sind, Peter. Ohne Spaß. Wir können aber nicht joinen, Hadi. Ne, ich kann nämlich wieder nicht joinen. Sehr gut, Hadi. Keiner kann joinen. Boah, Alter. Ohne Spaß. Dann... Okay, ich weiß es nicht. Ja, warte. Ich hab grad den falschen Server ausgesucht. Warte, warte, warte. Warte, ich nehm jetzt den hier. Aber da bin ich mir sicher, dass wir das haben. Boah, es hat belastet. Ich hab doch gepasst. Ey, warte. Nein und nicht. Das war ganz schön gut, ey. Das... Haben wir das alles gespielt? An dem Abend? Ja, eine Runde gegen Bots. Weiß ich nicht. Also ne halbe. Wenn wir das hier nachschalten können, Ich hab doch gepasst. Ey, warte. Nein und nicht. Ich kann hier nicht raus. Doch, jetzt. Ich kann hier noch nicht raus. Ich bin doch am joinen. Du bist so... Jetzt... Jetzt... Jetzt joinen wir nach. Ich muss erst time outen, Hadi. Warum hast du nicht gewartet? Wie schaust du? Da jointen noch keiner nach. Alles easy. Ja, ich muss... Ja, ja, genau. Hadi, vorhin... Da ist keiner drauf. Kann wahrscheinlich einfach keiner. Ich versuch's jetzt. Ich bin drauf. Ich lade Italy. Ja, sisse. Ja, also. Geht doch. Oh, Mann. Ja, sisse. Also, geht doch. Boah. Boah, das ist schon schlimm. Wie lang früher, ey. Ich glaub, da bin an dem Ampel ja auch drei Jahre gealtert. So. Ja, das klang ehrlich gesagt so, als wärst du entspannt. Schön am Snacken zwischendurch, Hadi. Ja, du bist ein Idiot. Ja, das ist mir egal. Tschüss. Äh, war schon... Ja, das Video hat jetzt fast eine Million Aufrufe. Klass. Ganz schön großartig. Schön, dass wir das nochmal geguckt haben. Ja, allerdings. Es war auch... Obwohl es anstrengend war. Aber die Entstehung von wir testen den Luftdruck des Balls. Äh, und das war's mit dem React. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. 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 Vielen Dank.